Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Platin-Guide. Das ist jetzt der ultimative Platin-Guide. Ihr schafft es in einer fucking Minute Platin zu machen, wenn ich mich beeile und wenn ich es gut hinkriege. Ich habe es eben im Hauptprofil von mir schon versucht, also auf meinem deutschen Account. Nicht wundern, ich bin schon in Nachtklamotten, es ist so scheiße dunkel und spät. Ich wollte, also über 22 Uhr, seht ihr ja oben in der Playstation, ich wollte eigentlich schon im Bett liegen. Aber ich habe gedacht, ich mache das Video jetzt einfach noch. Ich habe heute den ganzen Tag zwischendurch immer wieder geguckt, nach leichten Trophäen, weil ihr habt euch das gewünscht. Ich kann mir aber nicht alle kaufen, Leute, es ist einfach zu teuer. Also ich habe Haufen Spiele gefunden, aber das sind 70, 80 Euro für, weiß ich nicht wie viele Spiele, die sind nicht alle teuer. Aber das habe ich mir jetzt nochmal gekauft, 1,19 Euro. Ich habe auch ein Video darüber gemacht und mit meinem Fail. Wenn ihr wollt, kann ich das als, geht ja auch nur 2, 3 Minuten, das Video 5, ich weiß es nicht, kann ich das vielleicht noch zusätzlich als Outtake hochladen oder Bonus oder ich weiß es nicht. Ihr müsst einfach in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt. In den Kommentaren, äh, in der Videobeschreibung werdet ihr jetzt auch ein Code finden. Code nenne ich in der Reihenfolge, erkläre ich euch gleich. Wir müssen erstmal hier starten. Wie gesagt, 1,19 Euro im PSN. Ich mache euch den Link natürlich auch in die Videobeschreibung. So, das ist einfach so ein Puzzle. Kennt ihr dieses Puzzle mit diesem Holzrahmen und dann mit Zahlen und dann ist ein Feld frei und dann müsst ihr das immer hin und her schieben, dass die Zahlen in der richtigen Reihenfolge sind. So müsst ihr euch das vorstellen. So, und hier ist jetzt ganz wichtig, ihr müsst unbedingt Medium nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann, äh, welches Bild ist eigentlich scheißegal. Ihr müsst nur darauf achten, dass das freie Feld oben rechts ist. Ich muss mir aber hier nochmal meine Reihenfolge aufrufen. So. Zack. Und jetzt hoffe ich, dass ich diesmal nicht durcheinander komme und das relativ schnell schaffe. Ich habe eben 1020 Punkte bekommen. Ihr müsst darauf achten, das wird jetzt gemischt. Das freie Feld muss oben rechts sein. Hier ist es jetzt unten rechts. Da darf es nicht sein. Dann drückt ihr einfach die Optionstaste, mein Menü und geht raus. In der Regel soll es nach zweimal kommen, stand überall und im Trophy-Forum auch. Bei mir war es eben nach dreimal. Also einmal habe ich mich verdrückt, dann war es beim zweiten Mal. So, jetzt ist es unten links, da wollen wir es auch nicht haben. Jetzt ist es oben links, da wollen wir es auch nicht haben. Medium. Also so lange hat es vorhin nicht gedauert. Aber ich bin ein guter Dinge, dass wir es jetzt hinkriegen, dass es vielleicht jetzt oben rechts ist. Nein, ist es natürlich nicht. Entweder liegt es, habe ich gerade jetzt hier einen scheiß Rhythmus erwischt. Oder es liegt am Österreich-Account, dass es da vielleicht, weil es ein Österreich-Account ist, was länger dauert. Ich habe keine Ahnung. Dann bin ich bescheuert. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe gedacht, ich mache jetzt ein knackiges Video, ruckzuck, bumm, bumm, bumm. Und mache meinen Verpatzer von vorhin wieder wett. Es ist doch nicht. Und jetzt kommt hier das nicht oben rechts. Also im Trophy-Forum alle, die hier geschrieben haben, ja, beim zweiten Mal meistens. Ganz selten länger. Ey, ist der wievielte Versuch bei mir jetzt? Äh, die wollen mich, die wollen mich, die wollen mich, die wollen mich verarschen, die wollen mich rollen. Ist doch nicht die Möglichkeit. Wenn es jetzt nicht klappt, dann mache ich es einfach so lange weiter, bis es kommt. Also einmal versuchen wir es noch und dann ist es dann kattig, weil es dauert sonst zu lange. Jetzt haben wir es doch endlich. So, rechts, rechts, oben, rechts, oben, links, oben, links, links, unten, rechts, unten, rechts, unten, rechts, unten, links, 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 unten, rechts, 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 unten, rechts, unten, rechts, unten, links, unten, rechts, unten, rechts, unten, links, unten, rechts, unten, rechts, oben, 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 rechts, 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 rechts. 1060 klappt auf jeden Fall. Da kriegen wir jetzt Platin. Ich habe vorhin 1020 gehabt, da hat Platin gehabt. Müssen wir jetzt kurz ein bisschen warten und dann läuft das jetzt alle durch. Das sind halt so wie die Ränge aufgebaut. Ich lasse mal das Bild hier an. Das sieht ihr nämlich in meinem Trophy Bild, wenn ich die Fotos mache, sieht das halt geiler aus. Also wenn ich dann die Fotos untereinander habe mit den gleichen Punkten und dann halt die Zeit nah zu sehe. Da würde ich mir auch für die PS5 zum Beispiel, würde ich mir wünschen, es müsste Platin kommen, ja, würde ich mir wünschen, dass man die vielleicht auf dem Server, damit die dann halt mit dem Trophäe auf dem Server verknüpft werden. Weil wenn du die Playstation neu machst und so, die Trophäen kriegst du zwar wieder und wenn du synchronisiert hast, aber die Bilder nicht. Und das ist ein bisschen schade. So, dann machen wir das mal aus und ich zeige euch mal, dass es wahr ist, dass ich hier nicht irgendwie was Falsches mache. Hier haben wir Konen gestern gehabt zum Beispiel. Das habe ich ja auch hier dann nochmal auf Platin gemacht. Und hier haben wir Slide. Und wir haben hier alle Trophäen. Es sind halt nur Goldene und zwei Silberne. Und dann kommt, weil Trophäen haben ja einen bestimmten Wert. Müssen glaube ich 1150 Punkte haben. Und dann halt eine Bronze hat einen Wert, einen Silber und eine Gold und eine Platin. Und vom Wert halt sind die paar Goldenen und mit zwei Silbernen. So viel, als wenn ihr ein anderes Spiel wie Spider-Man hättet mit, was weiß ich, wie vielen Bronze Trophäen und ein, zwei Gold Trophäen als Beispiel. Nur mal, um es zu erklärt haben. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn es euch gefallen hat. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wie gesagt, ich könnte auch noch andere Spiele machen. Ich zeige euch nochmal schnell was, wenn wir jetzt schon dabei sind. Aber es ist einfach zu teuer. Es ist einfach zu teuer, nur für ein kurzes Video hier von 10, 20 Minuten, manche halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde Platin zu machen. Also Spiele zu kaufen, um, ach doch, ja, um Platin zu machen. Dafür ist es einfach mir das Geld zu schade. Hierfür habe ich jetzt 1,19 bezahlt. So. Ja, weil du es gekauft hast, die sind auch alle relativ schnell Platin machbar. Aber hier 5 Euro, 15 Euro, 6 Euro, 6 Euro, 5,5,5. Es ist einfach zu teuer. Es ist einfach zu teuer, dass ich jedes Spiel hole, wo man innerhalb von 10, 15, also welche mit 10 Minuten, 15 Minuten, 30, was war noch? Also ich habe 45 Minuten, Stunde. Also die habe ich mal alle so überblickt. Die sind fast alle da drin. Wäre mir auch vorgeschlagen. Aber es ist einfach zu teuer. Da bin ich bei 80 Euro mit bei nur, um diese Spiele zu holen, um Videos zu machen, dass man das schnell Platin machen kann. Und das ist mir ein bisschen zu blöde. Also dafür würde ich es nicht ausnehmen. Hier in Euro 19 ist schon okay. Vielleicht hoffe ich noch eins und mache noch ein Platin-Video heute. Ich weiß es aber noch nicht. So. Dann würde ich mich aber jetzt wirklich verabschieden, wenn es euch, wie gesagt, gefallen hat. A Däumchen wäre A Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr Bock habt natürlich. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, Abo-Glocke drücken und vielleicht die Glocke. Dann kriegt ihr auch Benachrichtigungen, wenn ich einen Livestream mache, wenn ich einen Hangout mache oder einfach nur ein Video online schalte. Ich bin dann weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, wenn ihr das jetzt zeitnah seht. Wenn ihr das in der Woche seht, dann nicht. Bis dahin haut da rein. Ahoi. Sagt doch Herr Houdin. Also jetzt ist das hier über meinem Ausmachknopf. So, jetzt Ahoi.